Wenn man in Word Grafiken einfügt, und zwar im Verhältnis zum Text, dann kann man das so einstellen, dass sie automatisch über dem Text erscheinen. Das funktioniert unter Datei, Optionen und dann hier bei Erweitert, bei Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, wenn ich hier sage Passend oder vor dem Text Transparent, dann werden alle weiteren Grafiken genauso eingefügt. Ich habe jetzt vorhin eingestellt gehabt vor dem Text, standardgemäß habe ich das auf Passend stehen. Ja, vor dem Text, das kann ich jetzt ändern, indem ich hier auf die einzelnen Grafiken klicke und dann hier in der Formatleiste, Bildtools, habe ich hier den Zeilenumbruch und hier kann ich jetzt zum Beispiel einstellen, quadratisch oder passend. Der Unterschied so passend und quadratisch ist der, dass sich der Text hier der Kontur der Grafik anpasst, während hier bei dieser Grafik eben hier ein gedachter Rahmen entsteht, bis wohin der Text sich dann hinschiebt. Wir haben noch weitere Möglichkeiten. Einmal haben wir hier, dass oben und unten der Text verläuft und hier diese Grafik praktisch links und rechts den Text nach oben und nach unten schiebt. Ich habe hier noch die Möglichkeit zu sagen, der Text soll vor der Grafik sein, also dann ist die Grafik hinter dem Text. Hier ist es allerdings jetzt schwierig, weitere Veränderungen vorzunehmen, weil der Cursor hier praktisch nur den Text erkennt. Ich müsste also jetzt hier hingehen bei Markieren und dann Objekte markieren und hier komme ich dann wieder auf meine Grafik und kann sie entsprechend verändern oder diese Grafik hier, die ist schon vor dem Text formatiert. Die bleibt so. Ich kann hier auch im Kontextmenü, also draufklicken, rechte Maustaste und dann habe ich hier ebenfalls den Zeilenumbruch, den ich hier entsprechend einschieben kann.